Akku Das ist ja gebrochen, ich habe Angst. Das werden auch für uns nicht, der wollte uns keine Runden geben. Hallo! Mit Schmack. Das ist aber nicht gut. Hallo! Warte! Ich sammle die in der Rosentasche, dass sie nachher. Grümöl, der ist nicht grümöl. Oh, Konfetti! Mach mal auf, der schießt er, oder? Nein, das kann ich. Schießt er Wasser? Nein, das ist Kummibärchen und so ein Zeug. Das ist Kummibärchen. Oh, das ist Kummibärchen. Kummibärchen! Nein, das ist Kummibärchen. Das macht doch ein Zeug. Ja, das ist Kummibärchen. Es ist Kummibärchen. Molten und Kummibärchen. Sie sind ja jetzt kummibärchen. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Hallo! Hallo! Mami! Da muss doch die Hand nehmen! Einer vom Kitzel! Der Hand nimmt die Hand. G Serviette Einer vom Kitzel Hanaube aus! Was macht es, dass du so bist? Ja, 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 ja! Jo! Jo! Ja, ja, ja! Jo! 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 Und nun, wir haben das Original-Krümel, Mensch. Mensch, 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 Mensch! Hier, möchtest du Bier? Nee, das ist schon okay. Die lachen aber nicht. Na, die Beste hier ist. Ich kann einfach versuchen, die Becher zu schmeißen. Was? Das war ein paar Fliegmöte. Ja, das stimmt. Das sind eher Fliegmöte, das stimmt. Das ist schon okay. 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 Ja, nein. Hey, hey, hey! Hey, 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 hey! Hey, hey, hey! Hallo! 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 Ich bin der Kinderprinz. Hallo! Hallo! Dass man so kleine schmale Fenster brennt, das kann ich halt. Hallo! 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 Hannover, hello! Und die Leute, nachher fünf Meter weiter kommt man gleich nochmal vorbei hier vorne. Das ist gut, da habt ihr Glück. Da habt ihr Glück. Hannover, hello! Hello!